hi leute und willkommen zu einer weitere folge beast town ja letztes mal haben wir den mace rater gemacht und wir wollen so nebenbei auch immer den kompressor machen hier habe ich die teile dazu was mit bisher schon gemacht haben wir können jetzt gerade mal gucken stone brauchen wir ja dann brauchen wir nur noch den stone den können wir auch hier machen und im hintergrund habe ich auch jetzt neuerdings musik wo man so leicht hören kann ja wie viele brauchen wir da 1 2 3 4 5 6 stück 1 2 3 4 5 6 gut ist gerade nachtrausen oder ja dann gehen wir gerade nochmal pennen okay gucken ob das schon fertig ist drei stück schon wunderbar vier das und das brauchen wir also unten das ding und hier und dann der rest dann mit also was doch ja genau zwei genau dann tun wir das dann so kraften und gerade die übernehmen so und so und so wunderbar da haben wir auch den kompressor da müssen wir das mal wieder wegschlagen es wird wirklich zeit dass wir unser haus machen so körperkäbel noch so dann machen wir das hier noch dazu zack 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 und kommen wir da noch dran zack genau so genau so genau solar panel das ist als nächstes was wir machen silicon plate okay compressor ah okay wave kapone nice wave coal dust Coal Dust? Okay. Coal Dust. Wie macht man Coal Dust? Einfach Kohle hier. Warte mal. Wir haben keine Kohle mehr. Und hier noch irgendwie Kohle? Hmm. Marble, der ist auch ganz richtig, wo die Häuser sind. Das tun wir auch mal hier hin. Hmm. Sollen wir mal gucken. Das ist kein Problem, das ist hier kein Problem, nur noch Silikon Liquid Transponsor. Mal gucken. Liquid. Ah, hab ich falsch geschrieben. Das ist ein Coal. Liquid. Das ist Moonfall. Liquid Loader, Liquid Unloader, Liquid... Liquid Transporter. Okay. Okay, das haben wir hier. Oh, Andy DeWolf ist jetzt auch hier. Mal begrüßen. Okay, okay, okay. Servus, schreibt er gerade. Okay. Redstone, Rebs & Coal. Gold Nugget und das ist ja nix eigentlich. Haben wir denn eigentlich Gold? Goldohr haben wir ja. Da brauchen wir nur einen. Aber wir tun da mal was wieder rein und zwar haben wir dann hier irgendwo Holz. Das können wir mal befeuern. noch ein bisschen Holz rein. Genau. Ist nicht viel, aber... Genau. Ist nicht viel, aber... Ah, das sieht's... Flex sieht's... Ah, das kann eigentlich da rüber. Das kann hier her. Da haben wir noch Holz. Tun wir noch ein bisschen Holz rein. Gucken, wie weit... Ah, das ist voll. Okay. Ah, wir hätten das eigentlich... Ah, haben wir was verkehrt gemacht. Wo ist Gold? Ah, da. Wir hätten das eigentlich... Erst das machen müssen. Naja, passiert. Bin's ja auch nix und noch nicht so gewöhnt, dass wir das Teil hier haben. Mhm, okay. Schon fertig? Oh ja. So, Copper Ingon. Achso, das ist was anderes. Machine Fame. Ah, siehste. Okay, das ist auch kein Problem. Das ist auch kein Problem. Iron, 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 da. Okay. So, einmal. Immer eins am anderen. Wunderbar. So. Als nächstes machen wir das hier. So, und so, und so, und so. Zack. Das hätten wir auch. Das hätten wir. Machine Fame. Glas brauchen wir. Und so, drei, vier, glaube ich. Machen wir mal fünf. Sicherheitshalber. Okay. Das können wir auch mal hier rein tun. So. Ist es überhaupt? Das muss ja sein. Wo sein du bist. Was? Ich. Bin. Hier. Und du. Was? Was hab ich denn da jetzt gemacht? Hm, okay. Ah, das müssen wir ja hier rein. Okay. Was können wir da rein? So. Goldnugget. Da drüben links. Was? Da drüben links. Ah, ja. Okay. Okay. So. Äh, ein. Okay. Mal kurz gucken. Also, Glas außenrum. Goldnuggets und links. Okay. Das können wir ja eigentlich schon mal machen. Also, Gold. Dann Glas. Und dann so. Okay. Hätten wir alles. Hätten wir alles. Hätten wir alles. Ähm. Da brauchen wir noch zwei Glas. Okay. Lassen wir nochmal ein Glas machen. Da steht nichts mehr drin. Da auch nicht. Dann brauchen wir schnell hier nochmal ein Glas. Geht hier alles rucki zucki? Okay. Ähm. Nochmal gucken. Oben den Eimer. Dann das. Dann das und das und das. Und dann nochmal zwei Glas. Genau. Liquid Transporter. Mal gucken. Was der so kann. Ah, da müssen wir jetzt Wasser rein tun. Kann das sein. Mal gucken. Was wollen wir? Ein Solarpanel. Solar. Upsa. A1. Cool Dust. Okay, warte mal. Okay, warte mal. CoolTast, Smilzing, PowerWitPhoenix, okay, haben wir die jetzt umsonst gemacht oder was? Hä? Ach, das wollten wir ja hier machen, genau, ein paar Zelle, äh, Tin-Icon, okay, machen wir grad mal. Tin, 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 wo bist du? Nein, erstmal hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, das ist mehr als genug. Muss er gepowert werden? Äh, da hab ich irgendwie keine Ahnung. Aber wir haben schon mal, wir haben schon mal. So, jetzt tun wir nochmal hier raus. Was denn da rein? Dann tun wir nochmal was kuddern. Da ist noch irgendwie wenig Licht. Okay, so. Wenn man hier runter kommt auch, müssen wir Licht machen hier. Zack, 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 jump, 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 okay. Genau, 4 zählen, oh cool. Dann machen wir auch nochmal so einen Eimer. Okay, dann geht noch einer, okay. Jetzt verstehe ich jetzt hier nicht so ganz. Hm. Okay. Müsste ich schon mal gucken. Äh, dann würde ich es noch sagen. Machen wir draußen noch ein bisschen. Ah, es ist dunkel. Ist eigentlich noch da. Ja. Das fragen wir mal. Und fragen, ob der schlafen gehen will. Weil es wär cool, wenn er. Ähm, ja. Da tue ich mich demnächst nochmal drum kümmern, wie das genau hier geht. Weil ich hab da überhaupt keine Ahnung. Aber ich will auf jeden Fall den Solarpanel mal machen. Wie man Silikon rauskriegt. Da würde ich unbedingt mal gucken, wie das geht. Ja, mal gucken. Industrie, Blast Phoenix. Blablabla. 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 Wie geht der? Mal kurz nochmal gucken. Indus. Indus. 3. Ja. Haben wir den hier. Ist wieder Elektrogrinder in. Steel Machine Hill. Ob du was? Nickel. Blablabla. Blablabla. Wo ist das? Ja. Ferris Ore, ok. Ah, Ferris Ore, kriegst du das. Minimum Stone, Nidalee Stone, ok. Ok. Ja, mir ist es eigentlich ziemlich wichtig, dass wir den Haus machen. Der schreibt uns gerade nicht. Ok, dann eben nicht. Dass wir nämlich sozusagen unsere Hütte mal bauen können. Aber hier ist viel noch abzubauen und deswegen kann es noch ziemlich Folgen dauern. Und deswegen werde ich die nächsten Folgen auch hier erstmal machen. Und werde immer nebenbei mal gucken, was mit dem Liquid-Dingsbums-Transporter zu tun hat. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir hier diese Folge. Ein klein bisschen abbauen. Und ja, dann erstmal danke fürs Zuschauen. Lass mir doch eine Bewertung da mit einem Daumen nach oben oder einen Kommentar. Und dann würde ich sagen, wir sehen unsere nächste Folge wieder. Und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao!